Aber nein. Ja und jetzt haben wir hier dieses wunderbar riesige Gebiet. Es wird auch keine 30 Jahre dauern, bis das durch hat. Und jeder, der das machen will, fliegt da gegen die Portia. Gut, Gott sei Dank habe ich nur genug Frutus mit im Haus, sodass ich keinen habe, der das gegen die Wand pfeifen kann. Aber ich weiß schon, meine Kinder kriegen das Ding nicht, die Tasse, weil ich habe Angst. Gut, ich habe noch keine Kinder, aber irgendwann. Ah, ich kann heute irgendwie nicht genug verbringen. Hier haben wir ein bisschen mehr vor. Wir haben hier zwölf Quests, einige Wegschreine. Dann kann man jetzt hier auch endlich in Höhlen, ein interessanter Ort, das kennen wir ja. Netzwerkstätten. Das sind die komischen Steine. Offene Verliese. Ach, das sind Gruppendinger. Das ist Gruppending. Und irgendwas davon war auch noch Gruppenbau, aber keine Ahnung. Wir werden einfach mal gucken. Aber erstmal reden wir mit dem Propheten, der irgendwie um einiges kleiner ist als ich. Na gut. Ne, so viel. So viel ist das tatsächlich gar nicht. Da seid ihr ja entseelte. Wir müssen sofort reden. Ähm. Hallo Prophet. Hört gut zu. Ich habe eine sichere Zuflucht gefunden. Ja, ich habe sie nicht mehr alle. Von der aus wir unser weiteres Vorgehen planen können. Ihr müsst mich dort treffen. Müssen oder können. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Wo ist diese sichere Zuflucht? Ich bin an einem sandigen Ufer erwacht. Einem Strand, der sich vor einer belebten Elfenstadt erstreckte. Wullkehl wacht. Die Zuflucht ist in einer Höhle am Meer außerhalb der Stadt. Genau dort werdet ihr mich finden. Der erzählt es uns halt so nach dem Motto, ne. Wir sind so 30 Kilometer weit weg. Da ist irgendwo eine Stadt. Da ist irgendwo ein Strand. Ja, wir stehen aber direkt an dem Strand. Okay. Ich werde sofort kommen. Es scheint, reicht hoffentlich. Juuu. Guti. Im Übrigen habe ich Ich habe etwas getan. Vielleicht nicht das Intelligenz ist, was ich getan habe. Aber ich habe mir hier diese Kronenkisten mal geholt. Dieser heißt euch erneut willkommen. Seid nicht traurig, meine Freundin. Gut, dass ihr die Anzeige unten nicht seht. Es stehen jederzeit weitere Kisten zum Kauf zur Verfügung. Hm. Ich habe jetzt 115 von diesen niedernen Steinen. Macht es gut, meine Freundin. Mögen hellen Monde euer Vater hellen. Warte mal. Fricht das was. Uh. Und ich habe Begleiter bekommen. Ich muss sie jetzt so wieder finden. Ich weiß gar nicht. Ne, das war über das Event. Ich glaube, den Hasen habe ich bekommen. Das bin ich mir aber jetzt gerade nicht ganz so sicher. Und ich habe hier... Stimmt, ich habe mir das eine Greifen-Junges geholt. Ähm. Ne, das war es auch nicht. Und... Den Schildblatt. Ich hatte... Ich hatte... Wie auch immer man ihn aussprechen mag. Den habe ich bekommen. Und... noch irgendwas. Ich finde es aber gerade tatsächlich nicht wieder. Hm. Ja, es gibt da ganz viele Katzen. Katzen werden hier groß geschrieben. Stimmt, ich glaube, du warst beim letzten Mal gar nicht dabei, wo ich die Pads gezeigt habe. Also... Es gibt auch... Warte mal. Warte, warte, warte. Wir fangen mal oben an. Wir haben hier einmal so ein... Sowas hier. Ich... Ich weiß bis jetzt nicht, was es darstellen soll. Aber... Ja, gut. Ähm. Dann haben wir hier so einen kleinen grünen Kobold, der sich öfters mal in Drachen verwandelt. Wie hier. Wie gesagt, der kann sich zwischendurch in so einen Kobold verwandeln. Ist meistens aber so ein Drache. Ganz cute. Dann habe ich hier so eine Fledermaus. Wieder. Äh... Eine Qualle. Äh... Vampirischer Drachenkobold. Das ist auch wieder sowas, was ich in... Hündendrachen verwandeln kann. Okay, gut. Das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich noch nicht so lange. Und... Dann eine Leuchtenerqualle. Bin gerade irritiert von Sachen, die ich habe. Kann ich aber noch nie lang haben. Dann Wolfshundwelpen, der etwas in Flammen steht. Dann... Okay, die Katze steht in der Kiste. Katze. Katze. Danke. Komm... Komm... Komm mal an die Stelle, wo keiner steht. Da... Da ist Katze Nummer eins. Dann greifen, Junges. Das war ja das, was wir beim letzten Mal im Shop gesehen haben. Ich musste es mir holen. Ging kein Weg dran vorbei. Ihr kennt mich. Ähm... Dann ein verschimmeltes Pony. Die Freunde wissen, dass sie die Dinge aus Krieg der Welten. Ja. Oder so ein duieres Tentakelmonster aus bestimmten kleinen Minifilmchen. Ja, wie gesagt. Das verschimmelte Glitzerpony. Einen Eisglühsalamander. Den finde ich eigentlich ganz cool. Dann die zweite Katze. Mega cute. Also Katzen habe ich viel. Dann das ist nochmal greifen, Junges, aber in Braun. Äh... Das komische Ding. Ich weiß nicht, was es sein soll. Also bitte fragt nicht. Dann haben wir hier ein Panther-Junges. Mit Streifen, komischerweise. Aber es soll ein Panther-Junges sein. Einen Schakal. Äh... Eine Katze mit einem Hexenhut. Kann ich leider nicht von vorne zeigen. Also... Mit Gesicht meine ich. Die greifen mega niedlich, ja. Die sind doch niedlich. Ach, da. Da hat sie kurz ihr Gesicht gezeigt. Dann... Einen Käfer. Dann haben wir ein Bären-Junges. Dann einen, äh... Tiger. Hier. Also eigentlich fast das gleiche wie... Äh... Der Schneeleopard. Nur halt. Mit Streifen. Dann... So komisches Schlangenviech. Das da. Ist ganz weird. Eine Schlammkrabbe. Äh... Ein... Bantam... Bantamgua. So. Ein Minipony. Und ja, ich habe viel. Ich habe verdammt viel. Es... Es tut mir leid. Das ist dieser Schreckensvogel. Ähm... Das Wesen, was ich bis jetzt beschreiben kann. Und hallo, Kitty. Bericht des Arbeiters. 640 Eisen. 640, 17. Was ist denn das? Na 3... Oh Gott. Früher hat 83 Video jetzt bis jetzt gesammelt. Na, Kitty. Du bist super. Dankeschön. Und es tut mir noch mal leid, dass ich dich geweckt habe die Nacht. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber ich dachte, bevor ich es vergesse, dass ich dir noch schnell schreibe. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, ne? Oh, es tut mir so leid. Ich hatte mit Ryan halt noch die Wiederholung der, äh, des Gamefestes geguckt mit Gronkh und sowas. Und mir ist das dann halt spontan eingefallen, weil ich halt, äh, oder wir haben ja jetzt ein Luftschiff in Final und ich bin jetzt gerade dabei, äh, noch ein paar Bauteile herzustellen, die wir dann verkaufen für die Gilde. Und, alter, mir ist es dann halt auch eingefallen, weil ich hatte plötzlich nichts mehr. Ich hatte ja so 600 bis 700 Stück von allem. Und dann saßt der irgendwo und dachte, scheiße, ich habe nichts mehr. So komplett alles, alles weggecraftet. Alles. Gar nichts mehr. Und hallo Blechwalze. Was falsch daran, viel zu haben. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das tut mir halt so leid, weil ich will sie euch alle zeigen. Kann ich nebenbei nur weiter machen. Äh, dann habe ich ein Feuersalamander. Feuersalamander. So. Einen Todeshund, der etwa verwest aussieht. Äh, ein anderes komisches Echsenvieh. Und dann diesen Einwurfswelpen. Und dann bei den Einheimischen habe ich Katze. In braun. Äh, einen braunen Hund. Finde ich jetzt nicht ganz so, aber es gab es halt, ne? Äh, ein Kriegshund. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Das Kanickel. Ist das mega süß? Dann ein Liebchenswolkenkätzchen. Ich weiß gar nicht, ich... Ich weiß nicht, ob es das von einem Event gab. Das Kätzchen heißt übrigens Kitty. Kitty, du bist im Spiel. Dann Sämtchen, Tigerkatze. Und, äh, Welpe, der Ritter, der Flammer. Ein Mops. Ich begleite mich verstört. Werner hat Blutlack und der hat die schwarze Wolken begleitet. Ich, ich finde, ich, ich, ich sammle doch so gern Begleiter. Wenn es nach mir ging, ich hätte gern alle Begleiter. Ihr kennt mich. Ich meine, das, was es hier gerade so gibt, das ist so nicht mehr ansatzweise alles, was es gibt. Ich, ich, ich möchte alles haben. Alles. Es geht dann übrigens bei den Reittieren geht es dann noch weiter, ne? Äh, warte. Aber eher brennender Wolfpass. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, ich habe dann einmal hier dieses Vieh. Das habe ich jetzt ja durchs neue Addon bekommen. Weil ich, äh, den Vorbestellerbonus hatte, glaube ich. Ich glaube. Das müsste beim Vorbesteller drin gewesen sein. Äh. Dann. Das hässliche fette Vieh. Wo auch immer ich das her habe. Wahrscheinlich aus dem Addon davor. Habe ich, glaube ich, auch vorbestellt gehabt. Äh. Den Hirsch. Auch aus dem neuen Addon. Ich finde ihn wunderschön. Er leuchtet so ein bisschen. Jetzt einfach so toll. Ähm. Dann. Habe ich hier wieder einen Schakal. Den Schakal, den wir in klein haben, haben wir einmal noch in groß. Mega cute. Dann den Todeshund. Das der nicht zusammenfällt, während wir auf ihm drauf sitzen. Der Hirsch ist mega. Der Hirsch ist echt toll. Ich liebe den Hirsch. Ich wollte auch schon immer einen Hirsch in ESO haben. Aber, das hat sich nie ereignet. Huch. Ein Wolf in Braun. Ich glaube, es gibt auch noch einen Grau. Aber den habe ich leider noch nicht. Ähm. Die Katzen zeige ich zum Schluss. Wie immer. Pferd. Was ist das jetzt alles zusammen? Ich habe schon jemanden Stoffschilder klauen sehen. Die Polizei fand das aber nicht so gut. In dem Dorf, wo ich mal gewohnt habe, da haben sie die Ortsschilder immer geklaut. Sie haben immer die Ortsschilder mitgenommen. Oder angefahren. Das ist auch eines meiner Lieblings-Mounts. Ich liebe es. Oh, schade. Grau und Wolf. Ja. Ich hätte gerne einen Grau und Wolf. Aber, ja. Huch. Die Katze mit dem Hexenhut erinnert mich an den Playoffs. So wie Ida. Stimmt. Stimmt. Da hast du vollkommen recht. Wohlkommen recht. Das ist ja auch ein tolles Pony. Vor allem Pony. Das ist ein Pferd. So. Ich glaube, jetzt kommen nur noch die normalen Pferde. Ja. Das ist hier einmal in Weiß. Das ist nicht so spannend. Dann habe ich hier noch eins in Braun. Das ist auch jetzt so spannend. Das waren, glaube ich, die ersten Viecher, die ich hatte. Der sieht ein bisschen fett aus. Ah, ja. Das war mein erstes spezielles Mount, was ich hatte. Das habe ich, glaube ich, durch, ah, lass mich nicht lügen, Summerset bekommen. Erste oder zweite Addon von ESO. Der dritte? Ich weiß jetzt gerade nicht, welches das erste war. Auf jeden Fall, äh, noch ganz von den Anfängen. Da habe ich das noch her. Und... Das war mein aller allererstes. Aber keine Ahnung, wo ich das hätte. Rot fährt jetzt aus WoW. Das kann man sich in Shadowlands holen. Der eine... Ah... Na gut, das... Das rote gibt es, glaube ich, schon recht lange. Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Eine graue Mähne habe ich nicht, aber eine weiße Mähne. Und eine blaue Strähne. Den Namen. Warte mal. Oh mein Gott. Okay, das eine fährt als Fischstäbchen. Nett. Jo, und dann habe ich noch die Katzen. Da habe ich aber leider nicht so viel. Huch. Katzen habe ich leider nur. Sehr witzig ein Kätzchen. Ist aber auch mega cool. Und mein letztes Mount. Ist ja mein Standard. Mein Höhlen-Kätzchen. So, genug gezeigt. Aber mehr habe ich auch nicht. Äh... Ich hätte jetzt gerne meinen Hirsch wieder. Gut. So. Damit wir jetzt endlich von diesem Schiff runterkommen. Glaubst du, das stehen wir hier in drei Jahren noch? Die Höhlen-Katz ist cool. Ja. Die ist richtig, richtig cool. Reisende. Habt ihr einen Augenblick? Nee, von mir will ich glaube ich nichts. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwas nehme, was mich in irgendein weiterführendes Addon bringt. So wie die da. Die hat nämlich auch eine Erweiterungs-Quest für mich. Die wird es jetzt auch wahrscheinlich 30.000 Mal fragen. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Und ich werde jedes Mal beantworten. Ja. Weil ich jedes Mal vor den Weg renne. Das wird immer so weitergehen. Wo sind sie? Ebenfalls. Das dauert alles ein bisschen näher. Ich bin ja die Zuflucht, dass ich das hier keinen. Halb-Abenteurerin. Genau nach euch suche ich. Ich glaube, du bist auch nicht... Die sind auch nicht der NPC, den ich suche. Die sind nicht die NPCs, die ich brauche. Ein Pferd, das für Stäbchen heißt. Jetzt habe ich mal... Da hat man wirklich alles gesehen. Da ist der NPC, den ich suche. Hi. Einen schönen Tag. Ich bin Asania Waschhauptmann. Da sich die Königin hier aufhält, müssen wir für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sorgen. Woher kommt ihr? Ich komme gerade aus Kenatas-Wast. Rasumdar schickt mich. Die Insel wurde von einem Maormann angegriffen. Der alte Ras schickt euch also. Das könnte die Lage verkomplizieren. Danke, dass ihr es mir gesagt habt. Die Königin ist von Feinden umringt. Ihre Beschützer müssen ständig wachsam bleiben. Und diese Informationen werden entscheidend für ihre Einschätzung der derzeitigen Situation sein. Ich werde sicherstellen, dass die Neuigkeiten bezüglich der Maorme entsprechend weitergeleitet werden. Sorgt euch nicht darum. Aber nun, wie ist euer Name? Ich brauche ihn für das offizielle Register. Mein Name ist Dariel. Ich werde das einfach aufschreiben. Auf Geheiß der ersten Auridon Seesoldaten wurde eure Anwesenheit in Vulkilwacht hiermit vermerkt. Tut euer Bestes, keine Probleme zu machen und Ärger aus dem Weg zu gehen. Lebt wohl. Ja, das wird ein bisschen problematisch. Ich bereite immer Ärger. Grundsätzlich in Spielen. Ich bin froh, dass man meine Augenbraue nicht sieht, wie sie so hoch geht, weil ich halt diesen Stirnreif habe. Das macht meinen Charakter ein bisschen ansehnlicher als diese Hochelfen hier mit ihren... Ah, das ist furchtbar aus. Es scheint sehr beschäftigt zu sein. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Hilfe? Nein, das glaube ich nicht. Obwohl meine Wachleute haben gerade alle zu tun. Falls ihr dazu bereit wärt, könntet ihr dann vielleicht ein paar Dinge für mich nachschauen? Ich stehe zu euren Diensten. Gut. Ich möchte, dass ihr mit zwei Mitgliedern des königlichen Hofstaates sprecht. Mit Berater Norion und Verwalterin Eminwe. Sie warten auf Unterstützung durch die Wache. Ich kann aber gerade keinen einzigen Mann entbehren. Mit wem möchtet ihr zuerst sprechen? Wir sprechen zuerst mit dem Berater. Ich sehe, ihr wisst, wie man Prioritäten setzt. Ihr findet ihn im Lagerhaus westlich von hier. Vergesst nicht ihm zu sagen, dass ich euch schicke. Sobald ihr mit den beiden fertig seid, meldet euch wieder bei mir im oberen Teil der Stadt. Und das werde ich. Nun, worauf wartet ihr noch? Könnt ihr mir mehr über Königin Ayrn erzählen? Habt ihr euch kürzlich den Kopf gestoßen? Die Königin führt das Altmeri-Dominion ein. Ja, das weiß ich. Vor ein paar Jahren hat sie sich fernab des Hofes ein wenig ausgetobt. Doch nun ist sie zurück, um ihr Geburtsrecht einzufordern. Ausgetobte. Die Führung der Allianz. Die muss ein sehr spannendes Leben geführt haben. Wo war sie? Unterwegs beim Schäkern in ganz Tamriel? Wer weiß? Wen kümmert es? Ich wünschte, ich könnte meine Arbeit hinwerfen und anschließend einfach wieder aufschlagen, sobald mir langweilig geworden ist. Pah! Ähm, worum dreht sich die Rede der Königin? Wahrscheinlich um die Einheit des Dominions. Nicht alle von uns sind begeistert davon, mit unseren wilden, fettern und pelzigen Freunden vereint zu werden. Wer sind die ersten Eurydons Seesoldaten? Königin Eirens Leibgabe. Sie werden von Schlachtenvogt Okemo angeführt. Einem der höchst dekorierten Krieger des ganzen Dominions. Ihr seid keine Seesoldatin? Nein, ich bin der Hauptmann der örtlichen Stadtwache. Die Seesoldaten sind die rechte Hand der Königin. Meine Pflichten gelten der Stadt. Razumdar sagt sie, ihr beide wärt alte Freunde. Ha, der Kerl hat wirklich eine rege Fantasie. Sicher, wir kennen einander. Haben ein paar mal Seite an Seite gekämpft, aber ich weiß nicht, ob ich ihn einen Freund nennen würde. Nicht seitdem er bei der Königin unterschrieben hat. Bei der Königin unterschrieben? Er hat euch nichts gesagt? Natürlich hat er das nicht. Er ist der größte Lügner, den ich kenne. Razumdar arbeitet direkt für die Königin. Für irgendeine schattenhafte Geheimorganisation. Diebe und Lügner der ganze Haufen. Ja, die scheinen wohl nicht so begeistert von den Leuten zu sein. Ach, jetzt habe ich diesen blöden Köder, der da mit mir rumläuft. Nein. Ich will den lieber Leiter. Komm, wir nehmen einfach mal Kitty mit. Kitty, du gehst jetzt mit uns auf Reisen. Da. Wo muss ich überhaupt hin? Da oben. Da. Da. Berater. Ich bin hinter dem Hauptbemang wohl. Ja, stimmt. Ich gehe mit dem Reisen. Ja. Es passt halt, ne? Dass die Katze halt Kitty heißt. Passt sehr, sehr gut. Ein bisschen bleib im Lina. Oh. Ich bin beschäftigt. Fort mit euch. Ich soll euch sagen, dass Wachthauptmann Astanja mich schickt. Ah. Wenn das so ist, kommt ihr genau... Ja, das war natürlich was anderes, ne? Blandina hat einen Einbrecher in dieses Lagerhaus verfolgt. Der unwissende Schuft hat die Einsatzpläne der Seesoldaten für die anstehende Rede der Königin gestohlen. Ich... Ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann ein Reittier... Reittiere kann man, glaube ich, benennen, oder? Äh... Warum würde ein Einbrecher so etwas stehlen? Du könntest der rote Falsch sagen. Ich bin kein Einbrecher. Oder der Schakal. Jedenfalls können wir nicht zulassen, dass er mit diesen Plänen entkommt. Sie könnten verwendet werden, um die Sicherheit der Königin zu gefährden. Und das wollen wir ja nicht. Nein, das... Das wollen wir nicht. Ich schaue es mir an. Warte mal... Oder kann man auch die... Dinger um... Ja, man kann sogar die Pets umbenennen. Wir hätten einmal den Albtraum-Wolfs-Welpen, der Gluti heißt. Die grüne Neune. Äh... Schakal ist kein Wolf. Wo das Hund... Oder den... Äh... Schwarzen Wolfs-Welpen. Oh, das sind beide schwarz. Aber willst... Wirst du ein Feuer-Wolfs-Welpe, oder willst du ein normales Wolfs-Welpen-Junges sein? Oder der rote Wolf. Ich glaube... Der rote... Roten kann man auch... Ja, kann man auch umbenennen. Du hast die Wahl. Zwischen drei Wölfen. Aber da du ja... Eigentlich sagst du das eher schwarz-grau... Oder grau... Wahrscheinlich eher die Pets die Wahl. Oder? Das ist jetzt... Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Du kannst dich ja noch ein bisschen... Kannst es dir ja noch überlegen. Das eilt ja nicht. Bitte. Ich habe doch getan, was ihr wolltet. Ja. Ja, das habt ihr. Ha! Okay. Dann nicht. Einsatzpläne. Ja. Das hat ja gut geklappt, ne? Tote Leiche. Ach. Nun... Habt ihr die Pläne gefunden? Nummer eins. Ich habe sie gefunden, aber der Einbrecher war bereits tot. Oh, wie schade. Behaltet die Pläne. Ihr könnt sie dem Hauptmann geben, wenn ihr sie das nächste Mal seht. Der fragt aber auch nicht warum, oder? In der Zwischenzeit muss ich mich um die Königin kümmern. Um die Königin kümmern, oder? Um die Königin kümmern. Geht einfach schlecht. Macht ihr euch keine Sorgen wegen des toten Einbrechers? Tja. Ich bin mir sicher, dass das nur so eine Fede unter Verbrechern ist. Nun denn. Falls ihr noch andere Aufgaben habt, solltet ihr euch jetzt um sie kümmern. Ich bin hier, um Verwaltterin Imendwee... Imendwee, glaube ich, zu helfen. Wisst ihr, wo sie ist? Sehe ich auch vor der Gehilfe einer Verwalterin? Haltet ihr mich etwa für einen gemeinen? Nein. Aber ja. Ich weiß zufällig, wo sie ist. Im östlichen Lagerhaus. Ein kleines Stück nördlich der Docks. Ihr könnt jetzt gehen. Du kannst es dir aussuchen. Wir können den roten Wolf, wir können aber auch... Du kannst aber auch einen der Begleiter. Dann wäre es halt schwierig. Dann müsste ich halt zwischen dir und Kitty hier hin und her wechseln. Ähm... Danke, schätze ich mal. Ich habe ihn leider nicht. Warte mal. Oh, den hier hätte ich ja gerne. Den hier hätte ich so gerne. Aber 700 von diesen Steinchen, ne? das Outfit wäre aber auch geil. Das Outfit wäre aber auch geil. Ähm... Ach, daher habe ich das eine Kätzchen. Okay. Den hier hätte ich aber auch gerne. Die böse Version von Gold. So in etwa. So in etwa. So in etwa. Ja. Ja. Hey, einen Kamel hätten wir auch noch. Was ist? wo ist denn da der unterschied da das wäre der graue für 1800 huch nein ich ich wollte doch warte und shop hier das wäre der graue den hätte ich halt so so gerne weil er ist halt auch so unglaublich hübsch warte 1800 brauche ich wie viele habe ich 200 kronen das wären 20 euro 20 euro wären es egal ob ich 1500 und noch mal 750 kaufen würde oder ob ich direkt für 3000 also 20 tacken wären es für 3000 kronen also ich man könnte danach sie noch was anderes holen oder halt sparen oder wie ich halt in die moment aber den finde ich nicht so allein wegen dem ja wäre das hier vorne nicht mehr seit ein richtig hübsches hier aber leider dann haben wir auch noch so was hier bei den pferden und das hätte ich halt auch echt doch gerne oder den ja den hätte ich auch noch gern und ich glaube andere gibt es tatsächlich gerade nicht andere gut es gibt noch mal hier und bären junges bei episch würde es hier noch so einen kleinen sohn wolf geben aber ich habe mir die bewusst gerade und hatte nicht gut die pets bei legendär gibt es den bär noch den löwen waffen den hier gibt es für 100 aber ich spar halt mit diesem mit dem edelstein hat noch und zwar auf jetzt muss ich gerade mal gucken nein das war es nicht nein das war es nicht war es die oder waren es die hier die hier waren es auf die pets äh auf die auf die mount spare ich auf den hier würde ich den haben ja den hier und auf den hier auf die speichert gerade deswegen möchte ich die steinchen halt eigentlich nicht ausgeben eigentlich es ist halt schwierig ne es ist halt schwierig hallo es tut mir leid dass ich euch jetzt nicht helfen kann ich bin sehr beschäftigt und es gibt viel zu tun ich soll euch sagen dass wachtopfmann astanien mich schickt oh na schön in ordnung wo war ich richtig die vorräte zwei meiner köche sind tödlich erkrankt das ist schon der Fall mit den effekten ja für das festmahl der königin ich vermute sabotage ich möchte mich vergewissern dass all unsere nahrungsvorräte sicher sind ihr scheint etwas aufgeregt zu sein was soll ich für euch tun ich bin nicht aufgeregt ganz und gar nicht ich werde die vorräte hier untersuchen ihr geht ins lagerhaus nebenan stellt sicher dass alles frisch und nichts fehl am platz ist ich gehe für euch nachschauen also diese edelsteine kriegt man halt wenn ich solche sachen hier eintausche zum beispiel dadurch kriegt man die ähm hauptsächlich halt durch diese kronen kisten die meisten kisten enthalten vier möge das glücklich beklemmt durch die kisten hier ähm da sind warte mal wie viele waren da drin ne das ist eine das sind vier das sind 15 ich hatte mir jetzt glaube ich neulich 15 geholt ein bisschen was habe ich von behalten einfach ne weil Pets und sowas sind halt geil doppelte Pets werden dann halt direkt in die Steinchen eingetauscht und dann kann man sich halt überlegen wenn man zum beispiel halt solche Tränke hat wie ich wie ich sie da jetzt halt hatte dass man die dann halt äh eintauscht also hier zum beispiel goldküsten elixier oder sowas dadurch würde ich die halt auch eintauschen dadurch kriege ich halt diese punkte wäre aber halt dann echt geld also durch diese kronen kaufe ich mir halt das hier um halt an die Edelsteine zu ranzukommen ich weiß nicht ob man die noch irgendwie anders kriegt aber das ist jetzt so die Möglichkeit was es jetzt halt noch gibt ist äh durch diese Steine hier Siege der Bestrebung dadurch kann man die jetzt halt auch kriegen die kriegt man jetzt mal nicht durch Dailies und Weeklys wurde aber jetzt glaube ich auch erst so angeführt weiß auch gar nicht mehr wo ich das jetzt schon wieder finde es war irgendwo irgendwo äh äh fast ist doch äh fast dann doch den grauen Wolf nicht noch schwierig zumindest nicht für den anderen noch noch haben hier da komme ich zur Bestrebung wenn ich wenn ich das durchackere könnte ich in drei Jahren könnte ich mir in drei Jahren die Dinger holen wahrscheinlich gibt's die bis dahin schon gar nicht mehr zurückgesetzt in fünf Tagen und 15 Stunden okay die Daily ist ja gut in 14 Stunden ist ja logisch das sind dann halt ne diese diese Aufgaben die man dann also ähnlich wie mit dem Buch im Final mit den Innies nur dass man da halt jetzt diese Steinchen durchkriegt äh sucht da Handzeichen wo war das denn da hinten also es ist schon ne ohne schlecht aber wie gesagt du kannst es dir überlegen Kitty hatte hat halt das Glück dass Kitty schon vorher drin war ne Kitty war schon vorher im Spiel da steht jemand ach da wird zu wird er zu mir ne ok vielleicht kommt ja noch eine glückliche Fügung und man kann sich den Wolf ja wie gesagt es gibt halt nur diese Möglichkeiten halt entweder über die Kronen oder was heißt entweder über die Kronen geht halt nur über Kronen Halt! Stehen bleiben! Aua jetzt will er jetzt will er mich jetzt will er mich oh schiss ich hab immer noch nicht herausgefunden wie man die Waffe wegsteckt und eventuell problematisch werden irgendwann mal habt ihr etwas gefunden? ich habe einfach Pökerfleisch gefunden ich denke es wurde vergiftet den Sternen sei Dank ihr habt das Problem ich wollte gerade sagen so hä? behaltet es der Hauptmann wird es sehen wollen äh ich wurde von einem Mann in einer Art Uniform angegriffen ich werde die Beweise in den Hauptmann weitergeben sobald ich sie sehe gut gut ich kann natürlich auch äh zwei Monate warten beziehungsweise wenn ich mein ESO Abo erneuere dann kriege ich in den ein bis zwei Monaten genug dass ich mir das Mont auch holen könnte aber sagt mir was die ich weiß halt nicht ob ich es mache weil ESO ist ja eigentlich kostenlos ich hat es jetzt nur wegen der Handwerksmaterialien gemacht da ich die jetzt aber glaube ich bald in Kisten legen kann werde ich wahrscheinlich das Abo nicht fortsetzen ich bringe mal gucken äh ja ich hab hier diese gut gut hört zu ich drangsaliere euch wirklich vor ungern aber ich habe noch eine Aufgabe für euch ja Heldil einer meiner Männer hat hier in der Nähe einen Ganoven in die Enge getrieben wir müssen mit diesem niederen Gesindel sprechen ok kriegen wir hin was hat er getan wir haben keine Zeit für lange Unterhaltungen er ist in einer Verschwörung gegen die Königin verstrickt mehr kann ich nicht sagen wir brauchen jemanden wie euch um an ihn heranzukommen er weigert sich mit einem Mitglied der Wache zu sprechen möchtet ihr diese Beweis die ich gefunden habe das kann alles warten Heldil ist hier die Treppen hoch bei dem Haus dort rechts geht schon und vergesst nicht ihr steht in Diensten der Königin für die Königin apropos eins wollte ich einmal kurz machen Jammlungen Aussehen Kostüme ich habe doch wie sieht das oh ja ich mache dann meine ich finde halt dieses Outfits mega cool gibt allgemein viele viele Outfits die ich gerne hätte zu dir gehe ich gleich ich möchte erst mal hier rein stammelstern ja ja ähm was möchte ich verbessern ich glaube ich möchte erst mal Geschwindigkeit verbessern denn hoch in wie vielen Stunden kann ich dann okay in 20 in 20 Stunden kann ich wisst ihr wie lange ich nach euch gesucht habe ja weiß ich solange wie ich hier in dieser Stadt bin tretet bitte zurück wir haben hier ein Problem dafür locken sie halt übelgeilte Sachen im Shop dann gibt es nur noch echt also ich gebe tatsächlich gerne Sachen für den Shop aus weil ESO ist halt echt schon cool ich muss halt echt gucken dass ich mich irgendwann mal mit den Klassen ein bisschen auseinandersetze also die Klasse die ich jetzt spiele ich glaube das war Templar ist ganz in Ordnung ich habe mir jetzt nebenbei auch einen kleinen Mini-Guide rausgesucht weil ich wissen wollte ich glaube du hast halt nicht so die übliche Klassen die halt die sind nur für Tank die sind nur für DDs die sind nur für Heiler in dem Sinne nicht es gibt eine grobe Richtung glaube ich wenn ich jetzt richtig gesehen habe weil die Klasse die ich spiele die kannst du als Heiler und du kannst sie als DD spielen und als wenn du es als DD spielst kannst du halt aussuchen kommt dann auch darauf an welches Volk du hast ob du es als magisch oder als äh Ausdauer DD spielst ich mag ich will halt so beides irgendwie ich habe mich deutlich ganz erschienen ich kann Gott sei Dank die Punkte auch zurücksetzen wenn ich mich damit mal so ein bisschen mehr auseinandersetzen würde schon über mein Haupt dass ich es bisher noch nicht getan habe ähm würde ich auch mehr spielen sodass sich das was ich gekauft habe auch lohnt aber es sieht halt einfach geil aus und dafür dass es halt kostenlos ist gut du musst dir halt die Addons zukaufen aber das ist das kleine Rübel das ist geil wenn man es jetzt mal mit WoW vergleicht wo du halt wirklich monatlich zahlen musst dann noch das neue Addon brauchst ja ja und wo WoW auch gut ist müsst ihr auch mal wieder ESO spielen ich ich liebe ESO ich spiele es halt nur einfach viel zu wenig ich habe es früher sehr sehr viel gespielt deswegen komme ich auch auf meine äh 523 Stunden ich habe es wirklich früher sehr sehr viel gespielt bevor ich angefangen habe zu streamen ich habe es auch ganz ganz früher ich glaube das war von 2015 bis 2017 ungefähr ähm auf YouTube halt Let's Plays zugemacht ich war auch relativ weit wieso ich das dann gelöscht habe weiß ich nicht wahrscheinlich weil ich blöd war aber ja gut ist nun mal so äh ich habe es gesuchtet ich habe es wirklich ich habe es wirklich gesuchtet euer Hauptmann schickt mich sie meint ihr bräuchtet Hilfe Hilfe vom Hauptmann hervorragend wir haben da drinnen einen gefährlichen Meer in die Enge getrieben er wird von der Krone gesucht hat wertvolle Informationen und droht jedes Mal sich selbst zu töten wenn wir uns der Tür nur nähern was soll ich eurer Meinung nach tun ich brauche ihn lebend geht einfach nur da hinein und bringt ihn zum reden wenn er mich umregt was er sagt er ist halb verrückt wir kommen dann nach sobald ihr ihn zum reden bringt verstanden? ok ähm ähm warte mal weinigung 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 Bis zum nächsten Mal.